Assalamu alaikum shabab für alle weiteren Flüge innerhalb der Starline Scope wertvolle Meilen gutgeschrieben werden Sie Mitglied und informieren Sie sich auf der Homepage von Mainzentrum wenn Sie ungestört schlafen möchten bitte achten Sie darauf dass der geschlossene Gurt für uns Flugbegleiter sichtbar ist vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und genießen Sie von unserem Service wir finden Sie jederzeit gerne für Sie da Ladies and Gentlemen I would like to give you some brief information about today's flight As soon as we have reached our closing altitude we will start with an aperitif, followed by a lunch Approximately 1.5h before landing in Indiana we will serve you and approve dinner In the meantime we will serve you excuse you for business class guests online Jeff Mr. Marstack Peter Schmidt prepare the piece After service you do have the opportunity to choose from and by selection of our in the United States just take a look in our flight and buy magazine in your seat pocket further about over 300 hours of entertainment and create your own personal selection from the flight selection of media and audio products by the long cartons or normal bikes in the United States in the United States of the United States amazing here there is another other from the the interior of the vehicle Da ist alles gut. Wir schauen, was wir können lassen. Wir schauen, wenn wir noch jemand das können. Gut, wie wir nicht gehen? vinunda Hier sind viele R7 traurig Zeug Bis dahin ・ fach Ferst WDet Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020